Okay, also beim Seemannsgarnspinnen haben wir angefangen und da bleiben wir auch direkt bei. Jetzt kommen wir in die Abteilung Profis und in dem folgenden Lied, da wird richtig losgesponnen, was das Zeug hält. Übrigens, die Story ist auch schon von Hollywood verfilmt worden. Mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Der Name des Schiffes war in dem Film allerdings falsch. Im Film hieß das Titanic. Völlig falsch. Unsere Story handelt natürlich von dem Original und das hieß The Irish Rover. Im Film hieß das Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020